Willkommen bei Isolate. Wir präsentieren Ihnen unser LED-Fliesenprofil Inneneck und zeigen Ihnen, wie Sie es einfach, präzise und sauber in eine gefließte Wand einbauen können. Das Profil aus eloxiertem Aluminium wird in einer Standardlänge von 2 Metern und 2,5 Metern geliefert. Es ist ein vollwertiges Lichtmodul und kann mit einem Flexband mit einer maximalen Breite von 14 Millimetern bestückt werden. Verteilen Sie nun den Kleber mit einem Zahnspachtel so durch, dass ein gleichmäßiger Kleberauftrag entsteht. Unser Fliesenprofil hat entlang seiner Flügel Aussparungen, sodass die Flügel hinter die Fliese geschoben werden können, bevor der Kleber ausgehärtet ist. Die Fliesen werden jetzt mit einer leichten Drehbewegung ins Kleberbett eingedrückt. Nachdem das Aluprofil platziert und in das Kleberbett gedrückt wurde, können die restlichen Fliesen verlegt werden. Sobald der Fliesenkleber vollständig ausgehärtet ist, können Sie mit dem Verspachteln beginnen. Nun können Sie das Flexband in das Profil einkleben. Wir empfehlen für eine optimale Haftung, das Profil mit einem geeigneten Reiniger zu entfetten. Gehen Sie behutsam vor und verwenden Sie idealerweise einen Roller, so wie unser Profi. Sie können nun das gewünschte Cover in das Profil drücken. Genießen Sie das perfekte Ergebnis, ganzheitliche LED-Lichtlösungen mit flexiblen Lichtlinien. Entdecken Sie das gesamte Produktsortiment auf www.isolett.shop, www.isolett.ch oder www.isolett.ch 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 www.isolett.ch